Diese Pflanze ist der Inbegriff mediterranen Flares, ein wahrer Bienenschmaus, doch in einen Topf oder Kübel gesetzt, übersteht so ein Lavendel selten im Winter. Wie du das ändern kannst und deine Pflanze pflegst, das verrate ich dir jetzt. Hi, ich bin Glenn, schön, dass du da bist. In diesem Video verrate ich dir das Wichtigste, was du über dein Lavendel wissen musst. Lavendel ist dabei die ideale Pflanze für deinen Balkon, deine Terrasse, dein Hochbeet oder auch deinen Garten. Lavendel kommt ursprünglich aus Frankreich, aber auch aus Spanien und Italien wächst am besten dort, wo den ganzen Tag die Sonne scheint. Deine Pflanze ist dabei besonders trockenheitsresistent, aber auch gleichzeitig noch winterhart und mehrjährig. Eine der Sachen, die dir helfen, deinen Lavendel lange am Leben zu halten, ist eine Erde, die nicht so viel Wasser speichert. Eine torfhaltige Erde, also eine Erde, die lange feucht bleibt, wird dabei von deinem Lavendel also nicht so sehr gemocht. Auf dem Balkon oder der Terrasse, im Topf, Kübel oder Kasten sorgst du mit einer torffreien Erde dafür, dass die Erde schon mal schneller trocknet. Das mag dein Lavendel besonders gern und je nachdem, wie sonnig es dann bei dir ist, kannst du der Erde auch noch Bims mit beimischen, wobei du auf drei Teile torffreie Erde einen Teil Bims hinzufügst und somit dafür sorgst, dass die Erde noch schneller trocknet. In einem Garten würde ich erstmal mir den sonnigsten Standort aussuchen und dann den Lavendel da reinsetzen und gucken, ob es der Pflanze dann schon gefällt. Häufig wird es im Garten deiner Pflanze am sonnigsten Standort einfach so schon gefallen. Wenn nicht, dann kannst du aber auch noch die Erde um deinen Lavendel anpassen oder deinen Lavendel leicht erhöht pflanzen. Das mag er dann meist besonders gern. Im Hochbeet brauchst du für deinen Lavendel häufig keine Anpassungen vornehmen, aber wenn du deine Pflanze in den Topf, Kübel oder Kasten hältst, ist eine Sache besonders wichtig, damit Lavendel winterhart ist, denn diese ganzen Pflanzen hier vor mir, die würden den Winter leider nicht schaffen. Setze deinen Lavendel auf jeden Fall in einen Topf, der mindestens 22 cm im Durchmesser ist. Lavendel wird häufig in viel zu kleinen Töpfen gehalten und kann dann ähnlich wie Rosmarin im Winter leider eingehen. Mit einem größtmöglichen Topf sorgst du dafür, dass sich dein Lavendel prächtig entwickelt und bestens winterhart ist. Achte zudem im Topf, Kübel oder Kasten darauf, dass du dein Lavendel auch im Winter gießt, denn häufig hat dein Lavendel im Winter gar kein Problem mit den niedrigen Temperaturen, er vertrocknet jedoch. Häufig lese ich zudem, dass ein Lavendel mit weißen Blüten, so wie der hier, weniger winterhart ist, als der ganz klassische Lavendel mit seinen wunderschönen violetten Blüten. Versuch mal dein Lavendel mit weißen Blüten in einem Topf zu halten, der ca. 40 cm im Durchmesser ist und mit größter Wahrscheinlichkeit wird damit auch dein Lavendel mit weißen Blüten bestens winterhart. Wo ich gerade beim Thema Blütenfarbe bin, Lavendel gibt es nicht nur in diesem wunderschönen Violettton, sondern auch in weiß, rosa oder blau-violett, wobei irgendwie alle Violetttöne bei den Lavendelblüten auf mich lila wirken. Sonst wäre ja auch nicht der Topf hier lila. Aber du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, ob für dich Lavendel eher blaublühend ist. Einmal war ich in einem Garten, das war wirklich traumhaft. Dort war eine riesengroße Fläche, einfach nur mit Lavendelpflanzen unterschiedlicher Blütenfarben bepflanzt. Und das sah so wunderschön aus, dass ich selbst davon träume, sowas irgendwann mal selbst anzulegen. Wenn du dein Lavendel umtopfst, denn der braucht ja auf jeden Fall einen größeren Topf, sonst würde er den Winter nicht überstehen, gibst du direkt noch ein bisschen festen organischen Dünger mit in die Erde. Damit hat deine Pflanze ausreichend Nährstoffe und düngst dann deine Pflanze noch mit einem flüssigen organischen Dünger. Wenn du deine Pflanze in den Garten oder in den Hochbeet setzt, kannst du dir das Düngen mit einem flüssigen organischen Dünger häufig sparen. Da dein Lavendel wirklich super ausladend wächst, reichen häufig schon wenige Pflanzen, um selbst große Flächen zu füllen. Sei einfach ein bisschen geduldig und gib deinem Lavendel ein bisschen Zeit und dann wird er riesengroß und sieht einfach immer schöner aus. Angenommen, du bist aber nicht so geduldig, dann habe ich einen kleinen Trick für dich. Befüll mal einen Topf mit Erde und stell den unter den Trieb deiner Pflanze. Dann kannst du den Trieb deiner Pflanze auch noch mit einem Stein beschweren und dafür sorgen, dass immer Erdkontakt herrscht. Und nach wenigen Monaten wird so ein Trieb dann in den Topf Wurzeln geschlagen haben und du kannst den Trieb inklusive Wurzeln von der Mutterpflanze trennen und hast zwei Pflanzen. Das kannst du natürlich auch gleichzeitig mit mehreren Trieben machen, wenn du schnell viel Lavendel haben möchtest. Es reicht also wirklich, wenn du dir einen Topf mit deiner Lieblingszuchtform holst und davon dann einfach mehr machst. Gerade Zuchtformen mit weißen oder rosa Blüten sind aktuell noch ein bisschen teurer und so kannst du wirklich richtig gut Geld sparen, wenn du dir einfach nur eine Pflanze holst und die dann vermehrst. Und wie schmeckt jetzt so ein Lavendel? Probier den doch einfach mal mit dir. Ich mobs mir mal dafür hier so ein kleines Blatt. Leicht haarig auf der Zunge. Sehr dezent im Geschmack, aber auch gleichzeitig intensiv. Dadurch, dass der Lavendel so wirklich wunderschön duftet, hätte ich jetzt erwartet, dass so ein einzelnes Blatt wirklich ganz stark im Geschmack ist. Aber es ist sehr angenehm und schmeckt wirklich großartig. Der Geschmack ist leicht herb und verfliegt schnell im Mund. Und jetzt probiere ich nochmal, ob eine Blüte intensiver schmeckt. Das würde ich dir nicht empfehlen zu probieren. Das schmeckt nicht so lecker. Die Blüte war wirklich super intensiv vom Geschmack und es hat sich so angefühlt. Das hätte ich mir 200 Lavendelblätter in den Mund gelegt. Es war wirklich super intensiv. Also genau richtig eigentlich, wenn du Lavendelaroma suchst. Aber das kam jetzt nach dem sehr geschmackvollen Blatt wirklich unerwartet. Essbar sind bei deinem Lavendel die Blätter und auch Blüten, aber auch die Triebe, wobei die Blüten am intensivsten schmecken. Angenommen, du hast bisher immer nur die Blätter und auch Triebe verwendet, sei dir einfach bewusst, dass die Blüten deutlich intensiver schmecken. Lavendel ist dann auch noch bei meinem Meerschweinchen extrem begehrt und es sieht super, super süß aus, wenn die so eine kleine Lavendelblüte essen. Meistens essen die nämlich mit dem Stiel beginnen und dann guckt dann so eine kleine Blüte aus dem Mund. Das sieht richtig, richtig süß aus. Wenn du dein Lavendel erntest, dann liest du häufig, dass du deine Pflanze um ein Drittel kürzen solltest. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass du deine gesamte Pflanze um ein Drittel kürzen solltest. Ich zeige dir mal, was das genau heißt. Bei diesem Schopf-Lavendel kannst du das richtig gut erkennen, denn hier gibt es das neue Wachstum, was wunderschön grün ist, aber auch das alte Wachstum, was leicht verholzt ist und an der braunen Farbe zu erkennen ist. In den verholzten Trieb deiner Pflanze schneidest du auf keinen Fall, stell dir beim Ernten einfach vor, das gäbe es gar nicht und dann belässt du deiner Pflanze nur noch ein Drittel vom neuen Wachstum, schneidest also zwei Drittel weg. Merk dir also bei deinem Lavendel, dass du immer nur in den grünen Teil schneidest, braun belässt du deiner Pflanze. Bei ganz jungen Pflanzen, wie zum Beispiel auch dieser Pflanze hier vor mir, dort gibt es ausschließlich grünes Wachstum. Hier kann ich also wirklich sehr ordentlich zurückschneiden. Das wird sich dann in den nächsten Jahren ändern. Schneide dein Lavendel auch zurück, selbst wenn du für dein Lavendel keine Verwendung findest, somit erreichst du einen kompakten Wuchs. Und angenommen, du hast zu viel Lavendel, dann frag mal in deinem Umkreis an Lieblingsmenschen rum. Vielleicht ist da auch so ein Meerschweinchen liebender Mensch wie ich, der sich auf jeden Fall über Lavendel freuen würde. Es ist kein Muss, dass du deine Pflanze zurückschneidest. Allerdings, wenn du das über mehrere Jahre nicht machst, dann wirst du dir nach mehreren Jahren wünschen, du hättest es gemacht. Denn dann wird deine Pflanze unten ganz verholzt und kahl. Dort werden sich selten neue Triebe bilden. Und du hast dann nur weiter oben neues Wachstum. Aber halt sehr viel Pflanze, einfach nur mit brauner Farbe. Das sieht nicht so richtig schön aus. Es sei denn, das ist genau das, wonach du suchst. Kürze deine Pflanze also für einen bestmöglichen und kompakten Wuchs. Und der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt ist ca. Februar oder März. Also wenn es draußen noch kalt ist und die Temperaturen nicht über 0 Grad Celsius liegen. Ganz zur Sicherheit könntest du überlegen, dein Lavendel schon im Januar zurückzuschneiden, damit es nicht im Februar aus Versehen schon zu warm geworden ist und der ideale Zeitpunkt für den Rückschnitt vorbei ist. Lavendel trinke ich fast täglich in dem Tee kurz vorm Einschlafen oder trage ätherisches Öl, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Er passt aber auch bestens zu Kartoffeln, ganz so wie Rosmarin und zu vielen anderen Gerichten oder kann auch Bestandteil der Kräutermischung Kräuter der Provence sein. Zwischen Juli und September lassen sich dann wunderschöne Blüten blicken, die gerade bei Bienen und auch anderen Insekten heiß begehrt sind. Und angenommen, du fragst dich die ganze Zeit schon, was das hier für ein Lavendel neben mir ist, das ist ein Schopflavendel, das ist eine andere Art, die deutlich weniger winterhart ist. Meine Oma hat ihre Pflanze immer sehr hausnah wachsen lassen. Das hat der Pflanze sehr gut getan, denn dadurch waren die Winter nicht so kalt. Deine Pflanze könntest du allerdings auch in einem Topfkübel oder Kasten wachsen lassen, damit du sie dann im Winter hausnah platzieren kannst und sie es dort wärmer hat. Denk natürlich daran, deine Pflanze dann im Topfkübel oder auch Kasten zu gießen, damit sie nicht aus Versehen vertrocknet. Wie trinkst oder wozu isst du dein Lavendel und wie pflegst du deine Pflanze? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Du möchtest dir deine eigene Kräutermischung mit den Kräutern der Provence selber mischen? Dann seh dir mal direkt das nächste Video an und finde heraus, welche Pflanze du noch dafür brauchst. Lass vorher nur noch ein Abo und auch einen Daumen hoch da, denn das unterstützt meinen Kanal wirklich sehr. Bis gleich im nächsten Video. Ciao. Kakao.